Wir reden jetzt darüber, wie wir eine universelle Turing-Maschine bauen können im Prinzip. Darum geht es. Und wenn wir die dann gebaut haben, wir bauen die nicht mit Zahnrädern und Transistoren oder sonst was, sondern wir zeigen gleich mal, dass wir die eigentlich gar nicht brauchen, sondern dass eine ganz normale Turing-Maschine eine universelle Turing-Maschine simulieren kann. Und wie wir das machen, das schauen wir jetzt eben an. Und dazu brauchen wir eben diese Götalisierung. Also eben, wie können wir so eine universelle Turing-Maschine konstruieren? Das ist dann eine spezielle Turing-Maschine, die beliebige andere Turing-Maschinen simulieren kann. So, und dazu müssen wir ja schließlich unseren Programmcode kodieren. Und das haben wir uns ja hier angeschaut mit der Götalisierung. Und also hier auf der rechten Seite sieht man ja dann jetzt im Prinzip, wie so eine Götelnummer von der Erase-Maschine aussieht. Okay. Gut, genau. Ja, hier steht eigentlich nichts weiter Neues mehr auf dieser Folie, sondern nur das, was wir gerade eben gemacht haben. So, und hier kommt jetzt nochmal sauber formal zusammengefasst die Definition von Götalisierung. Also eine Funktion c von m nach n heißt Götalisierung, also von irgendeiner Menge m auf die natürlichen Zahlen, heißt Götalisierung, wenn sie die folgenden Eigenschaften erfüllt. Nämlich erstens, sie muss injektiv sein. Das haben wir vorhin schon gesagt. Und zweitens, da bin ich noch nicht drauf eingegangen, nämlich die Bildmenge c von m, die muss entscheidbar sein. Da werden wir gleich darüber reden, was das bedeutet. Und diese Kodierungsfunktion c und ihre Inverse, die sind berechenbar. Genau. Ja, also das ist klar, was das heißt, dass die Kodierungsfunktion und die Inverse berechenbar sein müssen. Das heißt einfach, dass es eine Turing-Maschine geben muss, die die Kodierung berechnen kann in endlicher Zeit und die Inverse auch. So, was heißt jetzt hier Entscheidbarkeit? Na ja, entscheidbar, da geht es letztlich um das Wortproblem. Entscheidbar heißt kurz gesagt, wir werden es vielleicht heute noch sauber formal definieren, aber jetzt vorab, kurz gesagt heißt entscheidbar, das Wortproblem für eine Sprache ist in endlicher Zeit lösbar. Das heißt entscheidbar. Und um welche Sprache geht es? Ja, um die hier, um c von m. Also, bezogen auf unsere Beispiele. Wir wollen ja Turing-Maschinenprogramme kodieren. Und das haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Stellen Sie sich vor, ich schreibe Ihnen an die Tafel hier so einen binären String mit 500 Bit. Und ich frage Sie, ist das eine Turing-Maschine oder ist es keine? Und da möchte ich von Ihnen eine Antwort haben, ja oder nein. Das heißt, gehört diese Bitfolge zur Sprache der Turing-Maschinen oder nicht? Das ist die Frage. Also Wortproblem für eine Sprache. Und jetzt ist die Frage, ist das Wortproblem für diese Sprache entscheidbar, also in endlicher Zeit lösbar. Und wie lautet die Antwort? Für jetzt unsere Goetalisierung hier? Ja. Klar, muss ja lauten, sonst hätten wir es nicht machen. Ja. Und warum ja? Oder wie könnte ein, wie soll ich sagen, Puffer aussehen, der die Zahl als Input nimmt und Ihnen sagt, ob es eine Turing-Maschine ist oder nicht. Okay, der guckt nach zwei Nuller, da ist so ein Fünftuppel halt zu Ende. Und in dem Fünftuppel kann er dann gucken, was drin steht und gucken, ob die Werte gültig sind. Die Werte gültig sind, was heißt das? Ja, ob sie auf dem Symbol abbildbar sind. Nö, das müssen wir nicht machen. Also ich meine, diese Symbole hier, ich meine, man sieht ja eins, eins, eins und drei Einsen. Ja, wenn jetzt zum Beispiel vier Einsen drinstehen. Ja und? Wenn vier Einsen drinstehen, dann haben wir halt vier Zustände. Dann gibt es halt ein S4. Das gibt es dann halt. Ja. Wir haben jetzt die umgekehrte Frage. Wir sehen nur dieses Ding hier. Wir sehen nur dieses Ding. Wir wissen nicht, darüber wissen wir nichts, den symbolischen Code der Turing-Maschine. Wir kennen nur das. Und die Frage ist, ist das der Programmcode für eine Turing-Maschine? Darum geht es. Es ist so, wie wenn der Compiler ein C-Programm sieht und die Frage gestellt kriegt, ist das syntaktisch korrekt? Darum geht es. Ist das hier eine syntaktisch korrekte Turing-Maschinen-Codierung? Und ich würde da folgendes machen. Ich würde mir das hier anschauen. Das Muster ist immer das. Null, eine Folge von Einsen. Null, drei Nullen und dann Null. Also immer eine beliebig lange Folge von Einsen. Das heißt, man sieht eine Null, eine Null, drei Nullen, eins, eins, eins. So muss das ganze Ding aussehen. Meine Turing-Maschine muss aus lauter Blöcken von dieser Form bestehen. Wobei die Zahl der Einsen völlig egal ist an den verschiedenen Stellen. Also das ist total simpel. Der Parser ist ganz schnell programmiert. Und wenn das Ding so eine Form hat, dann kann ich meine Inversicalisierung anwenden. Was die Turing-Maschine tut, das steht auf einem anderen Blatt. Ob die was Sinnvolles tut oder so, über Semantik reden wir nicht. Das kann natürlich sein, dass da auf SOS-Ich ein S14 vorkommt, aber keine einzige Regel bildet auf den S14 ab. Na gut, dann ist das eine Regel, die nie anwendbar ist. Aber es ist eine Turing-Maschine. Okay, gut. Also, das ist natürlich jetzt wichtig. Die Bildmenge muss entscheidbar sein. Sonst kann ich die Inverse-Funktion eventuell gar nicht anwenden, wenn ich nicht rauskriege, ist es jetzt eine Turing-Maschine oder nicht. Aber hier ist die Bildmenge natürlich entscheidbar. Das haben wir gerade angeschaut. Okay. Ja, das haben wir eigentlich auch alles besprochen. Im Allgemeinen keine bijektive Abbildungen. Nur solche Kodierungen sind zulässig, für die man entscheiden kann, ob eine gültige oder ungültige Götelnummer vorliegt. Okay, in unserem Beispiel ist das entscheidbar. Die Abbildung einer Turing-Maschine, also die Götelisierung, muss berechenbar und umgekehrbar sein. Auch das haben wir besprochen. Okay, so, jetzt schauen wir an, wie wir unsere universelle Turing-Maschine implementieren. Und zwar mit Hilfe einer Drei-Band-Maschine. Also, die sieht so aus. Diese Maschine, die hat ein Kodierungsband, da steht der Programmcode drauf. Dann ein Arbeitsband und ein Zustandsband. So, fangen wir gerade mit dem Zustandsband an. Auf dem steht nur die Nummer des aktuellen Zustands der Maschine drauf. Ist klar, das Arbeitsband speichert den aktuellen Inhalt. Am Anfang ist das der Input. Oder im Moment, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Das schauen wir jetzt nachher auf der nächsten Folie an. Und auf dem Kodierungsband ist klar, da steht der Programmcode. Zustandsband wird am Anfang mit 1 initialisiert. Weil wir ja immer im Startzustand starten müssen. So, und jetzt sehen wir, wie ein Berechnungsschritt der Maschine simuliert wird. Erst einmal, klar, wir lesen vom Zustandsband den aktuellen Zustand. Dann lesen wir vom Arbeitsband das aktuelle Zeichen. Also, auf dem Arbeitsband steht ja der Schreiblesekopf immer an einer bestimmten Stelle. Und da lesen wir das Zeichen. Dann haben wir Zustand und gelesenes Zeichen. Ja, was kommt jetzt als nächstes? Was macht der Turing-Maschine? Genau, Übergangsfunktion. Jawohl. Die wendet jetzt die Übergangsfunktion an. Und zwar für diesen Zustand und das gelesene Zeichen. Das Dumme ist jetzt bloß, weil das eine universelle Turing-Maschine ist, steht nicht hier drin die Regel irgendwo kodiert. Sondern die Regel steht irgendwo hier oben auf dem Kodierungsband. Was machen wir da? Was muss die Maschine jetzt tun? Das Kodierungsband einlesen. Und gucken, welche Übergänge gibt es da? Und dann den passenden Anwenden. Genau. Ja, so kann man es eigentlich sagen. Oder vielleicht noch ein bisschen konkreter. Die Maschine, die scannt halt das Kodierungsband von links nach rechts durch und sucht nach der passenden linken Seite von der Regel. Und wir wissen ja genau, wie wir das machen müssen. Wir müssen immer, wenn wir zwei Nullen haben, dann fangen wir an und lesen die zwei nächsten Einserblöcke. Und dann haben wir Zustand und gelesenes Zeichen. Also hier haben wir ein Beispiel. Also wir suchen auf dem Kodierungsband den Übergang. Und jetzt hier ein Beispiel. Wenn wir jetzt im Zustand S3 sind. S3 heißt drei Einsen. Und auf dem Arbeitsband lesen wir das Zeichen 1. Das war die 1,1. Dann müssen wir nach diesem String suchen auf dem Kodierungsband. Und wenn wir den gefunden haben, dann können wir danach gleich weiterlesen. Dann kommt nämlich der neue Zustand, das geschriebene Zeichen und die Bewegung. Okay, das steht hier. Die nachfolgenden Bits der Form 1 hoch I, 0, 1 hoch J, 0, 1 hoch K. Also das ist Folgezustand, Folgezeichen und Kopfbewegung. Die werden jetzt gelesen. Ja, und klar. Und jetzt schreibe ich natürlich dann das Folgezeichen. Also hier 1 hoch J auf das Arbeitsband. Und wir führen die Kopfbewegung aus. Das ist das hier. Und wir gehen außerdem in den neuen Zustand über. Also 1 hoch I. Und das schreiben wir mal auf das Zustandsband drauf. Genau, das kommt jetzt. Ja. Alles klar. Also ist ja eine relativ simple Geschichte, oder? Die Kopfbewegung ist für jedes Band einzeln, oder einmal alle Bänder? Ja, gute Frage. Also, was macht denn unser Kopf? Also die Kopfbewegung hier, die ist nur relevant für das Arbeitsband hier. Aber natürlich können wir uns jetzt die Frage stellen, was macht denn der Kopf da oben und was macht der Kopf da unten? Auf dem Kodierungsband läuft ja ein fester Algorithmus immer durch. Nämlich ich suche die Stelle, wo die richtige Regel steht. Und dann lese ich diese nachfolgenden Bits aus. Und dann raddert der wieder am Anfang zurück. Und auf dem Zustandsband genauso. Der liest den Zustand aus. Und geht dann wieder am Anfang zurück. Beziehungsweise schreibt den neuen Zustand drauf und so weiter. Ist das dann ein Zustandsband? Wird da nur, da wird ja immer der aktuelle Zustand draufgeschrieben. Wird der alte dann überschrieben, oder geht der einfach nur an den Zustand? Nein, nein, der wird überschrieben. Der wird überschrieben, ja, ja, klar. Also der Zustand ist wirklich immer nur ein Zustand. Das heißt, die Turing-Maschine, die weiß auch nicht, in welchem Zustand sie davor war. Das vergisst sie wieder. Okay, Beendigung der Simulation. Ja, genau. Jetzt gibt es ein paar Möglichkeiten, wie die Turing-Maschine oder wie diese Simulation beendet wird. Nämlich, wenn kein passendes Bit-Muster auf dem Codierungsband mehr gefunden wird, ist klar. Also wenn ich jetzt Zustand und gelesenes Zeichen habe und finde das da oben nicht, dann bleibt sie stehen. Das war's. Ja, Moment, ja, genau. Und wenn wir dann eben so weit sind, dass wir nichts mehr finden, dann kommt es darauf an. Also dann hängt es vom Zustandsband ab, wenn wir in einem Endzustand sind, und dann wird der Inhalt von dem Arbeitsband auf das Codierungsband kopiert und die Maschine geht in ihren Endzustand über. Andernfalls hält die Maschine an, ohne in einen Endzustand überzugehen. Jawohl. Gut, ja. Das war's jetzt erst einmal zur Funktion von Turing-Maschinen. Also wir haben jetzt so im Schnelldurchlauf Turing-Maschinen kennengelernt, dann Mehrspurturing-Maschinen, Mehrband-Turing-Maschinen und universelle Turing-Maschinen. Und das interessante Ergebnis ist, alle sind gleichmächtig. Das heißt, die Klasse der Funktionen, die Turing-Maschinen berechnen können, ist unabhängig davon, ob jetzt normale, Mehrspur, Mehrband- oder universelle Turing-Maschine. Alle können die gleiche Klasse von Funktionen berechnen. Allerdings mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, aber ich sag's nochmal, das Thema interessiert uns jetzt noch nicht. So, ja, hier ist jetzt was kurz aufgeführt noch. Es sind noch ein paar andere alternative Berechnungsmodelle. Ich meine, wir haben ja auch schon ein paar kennengelernt. Endliche Automaten, Kellerautomaten, Lobprogramme, Wahlprogramme und rekursive Programme. Also, gehen wir hier mal kurz die Liste durch. Zelluläre Turing-Maschinen. Ich glaube, ich hab's schon erwähnt, als wir bei den zellulären Automaten waren. Es gibt auch, also der Herr Conway, das ist ein amerikanischer Mathematiker, der viel für im Spektrum der Wissenschaft auch geschrieben hat, so mathematische Probleme und Gnobeleien und so. Und der hat viel bewiesen, auch über zelluläre Automaten. Und der hat unter anderem gezeigt, dass man mit bestimmten zellulären Automaten Turing-Maschinen simulieren kann. Und das ist interessant, weil damit hat er gezeigt, zelluläre Automaten sind Turing-mächtig. Die kann man quasi als vollwertige Programmiersprache verwenden. Dann die Registermaschine, da kommen wir gleich noch kurz dazu. Die Registermaschine ist letztlich nichts anderes als unser von Neumann-Rechner. Dann gibt's noch den Lambda-Kalkül von Church und Clean, der auch entwickelt wurde für die theoretische Informatik, um eben Theorie von Programmiersprachen und so weiter zu untersuchen. Und der Lambda-Kalkül ist auch eng verwandt mit der Entwicklung der Programmiersprache Lisp. Dann gibt's die Post-Chat-Tag-Maschine, von der ich eigentlich nichts weiß. Ist auch ein theoretisches Modell aus der theoretischen Informatik. Dynamische Logik, auch das sagt mir jetzt nicht allzu viel. Ist offenbar auch ein Berechnungsmodell. Dann gibt's noch Quantencomputer. Das ist natürlich ein ganz interessantes, aktuelles Thema. Und Quantencomputer kommen jetzt nicht aus der theoretischen Informatik, sondern aus der Physik. Und, naja, wie soll ich sagen. Es gibt Leute, die haben ganz große Hoffnungen und Erwartungen an die Quantencomputer. Denn die Quantencomputer können bestimmte Probleme sehr schnell lösen, was unsere klassischen von Neumann-Computer nicht so gut können. Aber an der Stelle, wo wir jetzt sind, wo es nämlich nicht um Rechenzeit geht, bringen die uns gar nichts, die Quantencomputer. Im Gegenteil. Also die sind nicht berechnungsstärker als Turing-Maschinen. Okay, kurz ein paar Worte zu Registermaschinen. Ich will hier nicht auf die Details eingehen, weil Sie wissen ganz genau, wie ein von Neumann-Rechner funktioniert. Ich meine, das ist im Prinzip ganz grob stark vereinfacht, die Struktur. Also wir haben einen Hauptspeicher und dann haben wir einen Programmspeicher. Dann gibt es da so einen Akkumulator. Das ist praktisch der zentrale Speicher mit Registern drin, wo die arithmetischen Operationen ausgeführt werden. Dann gibt es einen Befehlszähler, der sich immer merkt, an welcher Stelle im Programm wir sind. Und dann gibt es ein Ausgabeband und ein Eingabeband. Das sind so die wesentlichen Elemente der Registermaschine. Und dann gibt es dann natürlich noch einen Befehlssatz. Und hier auf der Folie sieht man jetzt so Ideen für Befehle. Also lade irgendeinen Wert in den Akkumulator rein und so ein Zeug. Sie kennen das von Assembler-Programmierung und da will ich jetzt nicht drauf eingehen. So, auch hier ein Beispiel, das lassen wir auch weg. Wichtig ist, dass Turing-Maschinen und Registermaschinen gleichmächtig sind. Also das heißt, jede Turing-Maschine lässt sich durch eine Registermaschine simulieren und umgekehrt genauso. So, und das ist natürlich jetzt ganz wichtig für uns, denn daraus können wir jetzt schließen, es ist egal, ob wir, was die Berechenbarkeit betrifft, irgendwas für Turing-Maschinen beweisen oder für von Neumann-Rechnern. Weil die sind gleichmächtig. Und ich meine jetzt, dieser Beweis, dass die Turing-Maschinen die Registermaschinen simulieren können und umgekehrt, der bringt einen nicht viel weiter. Das ist eine rein technische Geschichte, wo es halt darum geht, ob ich jetzt irgendeinen Ladebefehl durch eine Turing-Maschine simulieren kann und so weiter. Okay, so. Also, was haben wir denn bisher gesehen? Vielleicht noch eine kurze Rekapitulierung. Also, dieses Bild hier schauen wir uns jetzt nochmal an. Wir hatten primitiv-rekursive Funktionen, die äquivalent sind zu Loop-Programmen. Dann hatten wir While-Programme, die stärker sind als Loop-Programme. Das heißt, jedes Loop-Programm kann durch ein While-Programm simuliert werden, aber umgekehrt nicht. Es gibt While-Programme, die sich nicht durch ein Loop-Programm darstellen lassen. While-Programme sind äquivalent zu den my-rekursiven Funktionen. Dann hatten wir Go-To-Programme, kurz angesprochen, die sind äquivalent zu den While-Programmen. Und jetzt haben wir Turing-Maschinen eingeführt und wissen, die sind äquivalent zu den Register-Maschinen. Aber hier dazwischen, da fehlt uns noch irgendwie der Zusammenhang. Und den werden wir jetzt herstellen. Wir zeigen jetzt, dass Turing-Maschinen und While-Programme äquivalent sind, beziehungsweise Go-To-Programme. Okay, also erst einmal zeigen wir, dass sich jedes While-Programm durch eine Turing-Maschine simulieren lässt. Also sprich, wir geben eine Turing-Maschine an, die jedes While-Programm simulieren kann. So, die While-Sprache, jetzt erinnern wir uns vielleicht noch mal kurz dran, was kann denn die? Die While-Sprache ist ja im Prinzip die Loop-Sprache plus das While-Statement. Und bei der Loop-Sprache, was haben wir denn da? Da haben wir Wertzuweisung, Successor-Operation, Predecessor-Operation, da haben wir die Null, da haben wir so einen Speicher-Vektor, in dem wir Variablen speichern können. Komposition haben wir noch, Loop-Befehl und While-Schleife. Genau, und das müssen wir alles simulieren können. So, wir fangen an mit der Init-Maschine, die ein ausgewähltes Band mit dem Wert Null initialisiert. Und ich meine, das ist zum Beispiel Init von X2, das heißt, da werden halt auf das zweite Band lauter Nullen draufgeschrieben oder Leerzeichen. Ja, also das ist trivial. Dann eine Copy-Maschine, das entspricht der Wertzuweisung. Wir kopieren den Inhalt von Band 1 auf Band 2. Ach so, sorry, und ich habe noch vergessen zu sagen, wir gehen her und tun für jede Variable, die unser While-Programm hat, also in diesem Speicher-Vektor, spendieren wir ein Band. Ja. Okay, und wenn wir jetzt also die Variable X1 auf X2 kopieren wollen, dann müssen wir den Inhalt von Band 1 auf Band 2 kopieren. Und das ist ja auch trivial zu erledigen mit der Turing-Maschine. Die Predecessor-Maschine genauso. Ist klar, also wenn wir hier aus dieser Unähren 2 eine 1 machen wollen, das ist ja auch trivial zu erledigen. Das ist ja auch trivial zu erledigen mit der Turing-Maschine genauso. Dann eine IF-Maschine. Also wir haben ja gesehen, in While-Programmen können wir ein IF realisieren. Und das können wir natürlich mit Turing-Maschinen auch machen. Das ist klar. Also in Abhängigkeit davon, ob die Zahl jetzt eine 0 ist oder eine 1, mache ich halt was anderes. Das ist klar. Also ich will da jetzt auch nicht auf die Details von diesem Programm da eingehen. Oder soll man das anschauen? Ja? Okay. Und zwar, also dieses IF-Konstrukt vergleicht einen Wert K mit dem Inhalt XI des I-Ten Bandes. Genau. Wir schauen auf das I-Ten Band drauf. Wenn XI gleich K ist, so wird in den Zustand SY eingenommen, sonst der Zustand SN. Und zwar K gleich 1. Hier, wir sehen es. If XI gleich 1, dann gehen wir in SY und sonst gehen wir in SN. So, wir sind in S0. Wenn wir eine 0 lesen, in S0, dann gehen wir in SN über und bleiben stehen. Das heißt, wir bleiben in SN, wenn wir eine 0 lesen. Passt ja auch. Wenn wir eine 1 lesen, dann sollte es ja in SY enden. Wenn wir eine 1 lesen, gehen wir nach S1 über, lassen die 1 stehen und gehen nach rechts. Wir gehen nicht sofort in S1 über, genau. Sondern, also jetzt gehen wir nach S1. Wenn wir in S1 sind und eine 0 lesen, dann gehen wir nach SN und nach links. Moment mal, was ist denn das jetzt? Hm. 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 Ja, genau. Hm. Okay. Also, genau. Ja, klar. Wir müssen uns ja erinnern, unsere Bänder, jedes Band implementiert ja nur eine einzige Variable. Und die Variablen sind unnäher kodiert, ja. Ja, das heißt, wenn da irgendwo eine 0 steht, dann, äh, bleiben wir in SN, ja. Ja, das heißt, weil das ist ja eine IF-Bedingung, das XI muss gleich 1 sein, ja. Ja, und 1 ist genau eine 1 auf dem Band und sonst nichts. Es darf nicht einmal eine 0 auf dem Band stehen, sondern nur eine 1. Deswegen bleibt er in SN, wenn er nach der 1 noch eine 0 liest. So. Dann geht er in SN, ja, genau. Dann geht er nach SN, ja, genau. Und wieder nach links, weil dann hat er zwei Einsen drauf, ja. Ja. So, wenn er in S1 ist und ein Leerzeichen liest, dann geht er nach SY und wieder nach links, ja. Das heißt, wenn genau eine 1 auf dem Band drauf steht, dann, ähm, geht er nach SY und in allen anderen Fällen nicht. Okay, so, und jetzt kommt natürlich der wichtige Punkt, nämlich die While-Programme. Wie kann ich jetzt mit meiner Turing-Maschine ein While-Programm simulieren? So, und hier haben wir jetzt ein While-Programm in der klinischen Normalform. Das hatten wir, äh, ich glaube, nicht besprochen, weil, was ich weggelassen habe, ist, wie wir Go-To-Programme in While-Programme übersetzen, ja. Und wenn man so Go-To-Programme in While-Programme übersetzt, dann war ja das Ergebnis, dass jedes Go-To-Programm lässt sich in ein While-Programm transformieren mit genau einer While-Schleife, ja. Und dieses While-Programm hat dann so eine Struktur, ja, das ist eine While-Schleife, also da gibt es so, eben so eine Variable Y, weil Y ungleich 0, du, so. Und jetzt werden alle Fälle abgefragt, äh, äh, if Y gleich 1, denn Y gleich 2 und so weiter, ähm, ähm, genau. Ja, diese, diese verschiedenen Fälle, die kommen, äh, daher, also die Fälle und natürlich hier jeweils noch ein, 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 ein Rumpf drin, ja. Ja, da können, da können eine ganze Menge Befehle noch stehen, aber keine While-Schleife mehr, ja. Ähm, das ist praktisch, wenn ich ein While-Programm nehme und in ein Go-To-Programm übersetze, und zwar ein While-Programm mit vielen, eventuell geschachtelten While-Schleifen, daraus ein Go-To-Programm mache, dann kriege ich am Ende, und aus dem Go-To-Programm wieder ein While-Programm mit einer While-Schleife, dann kriege ich am Ende ein Programm, das für die Original-Wile-Schleifen hier überall noch so eine Bedingung stehen hat. Und das ist diese klinische Normalform. So, und jedes, jedes While-Programm lässt sich auf diese klinische Normalform bringen. So, ja gut, äh, und diese Struktur, die lässt sich jetzt, ähm, tun wir das jetzt einfach erst einmal als ein Flussdiagramm lesen, ja. In so ein Flussdiagramm bringen, wir initialisieren das Ganze, und dann fragen wir, If Y gleich 0, das ist praktisch hier die Abbruchbedingung, wenn ja, sind wir fertig, wenn nein, dann gehen wir hier innen rein in den Rumpf. If Y gleich 1, ähm, wenn ja, dann führen wir diesen Block A1 aus, ja. Und gehen dann wieder hoch an den Anfang dieser Schleife. Ja. Beziehungsweise, ach, sorry. Also, von der Programmstruktur her ist das nicht, also da steht ja jetzt nicht ein, äh, irgendwie ein Break oder was drin. So was haben wir ja auch gar nicht. Das heißt, eigentlich geht es hier weiter. Aber wenn eben Y gleich 1 war und wir haben das ausgeführt, dann kann es nicht gleich 2 und so weiter sein, ja. Das heißt, die werden dann alle gar nicht ausgeführt. Und deswegen passt es, dass wir hier direkt zurückspringen. Und so weiter. So geht es durch alle diese If-Blöcke durch. Okay. Damit haben wir jetzt ein Flussdiagramm hergestellt. Und, ähm, gleichzeitig auch eine Turing-Maschine, weil wir dürfen ja solche Kompositionen von Turing-Maschinen machen. Ähm, und wir können das If implementieren in der Turing-Maschine. Ja, und damit, äh, gibt es eben auch eine Turing-Maschine, die beliebige Weilschleifen, also nicht beliebige, sondern klinische Normalform-Weilschleifen simulieren kann. Okay. Gut. Also haben wir gezeigt, jede weilberechenbare Funktion ist Turing-berechenbar. Und jetzt ist die Frage, ob die Umkehrung auch gilt, ja. Ähm, das heißt, jetzt müssen wir Turing-Maschinen, ähm, durch Weil-Programme simulieren. Ja. Ähm, also gegeben sei jetzt eine beliebige Turing-Maschine, Siebentuppel. Ähm, jetzt führen wir so, so eine, ja, Bezeichnung ein. Und zwar, wenn wir eine Zahl Pi haben, und dann schreiben wir diese spitzen Klammern hin und meinen, ähm, die Kodierung dieser Zahl im Bandalphabet, ja. Ja, also als Nummer, das ist die, praktisch die Gödel-Nummer davon, ja. So. Ja, und. Ja, letztlich gehen wir jetzt eben her und kodieren. Was müssen wir denn jetzt machen? Also wir müssen ja jetzt einen Turing-Maschinen-Simulator bauen. Ja, darum geht es eigentlich. Es geht eigentlich darum, wie programmiere ich einen Turing-Maschinen-Simulator. Und zugegeben, das, was hier jetzt der Hoffmann da gemacht hat, ist nicht das, wie Sie das tun würden, wenn Sie das jetzt programmieren würden, in C oder so. Sondern, äh, eine etwas, äh, äh, exotische Methode. Ähm, ja, ein bisschen mathematisch auch geprägt. Schauen wir mal rein. Wir werden jetzt nicht alle Details genau durchgucken, aber ein bisschen anschauen können wir es ja. Also, wir müssen, wie gesagt, es geht darum, eine Turing-Maschine zu simulieren. Und wenn ich einen Turing-Maschinen-Simulator baue, dann brauche ich natürlich irgendwie eine Datenstruktur, die mir die Konfiguration der Maschine repräsentiert. Und Konfiguration heißt ja, ich habe eine Zeichenkette, dann einen Zustand und dann den Rest der Zeichenkette. Ja, und die Maschine steht im Zustand S auf dem ersten Zeichen von diesem Rest hier. So, und jetzt kodiert der die Konfiguration der Turing-Maschine folgendermaßen. Also dieses µ hier besteht aus den Zeichen Rho M minus 1 bis Rho 0. Die sind quasi nummeriert von rechts nach links. Ja, dann haben wir den Zustand, dann haben wir den Rest von dem Wort Sigma 0 bis Sigma N minus 1. Ja. Und das wird jetzt als Go-To-Programm mit den Variablen Xµ, Xs und X-Omega dargestellt. Das Go-To-Programm vergessen wir mal noch für einen Moment. Moment, wir kodieren jetzt erst einmal die Konfiguration. Und zwar, genau, der Zustand S wird abgebildet auf die Variable Xs. µ wird abgebildet auf Xµ und Omega auf X-Omega. So. Mit dem Zustand ist es ganz einfach. In die Variable Xs schreiben wir einfach den Zustand rein. Also in die Variable Xs von unserem While-Programm, da schreiben wir direkt die Zustandsnummer rein, weil der Zustand hat ja bloß eine Nummer. So, da wird es jetzt schwieriger, weil das, was hier steht, das ist ja eine Zeichenkette. Genau. Ja. Weil diese Zeichen hier, das sind Zeichen aus dem Bandalphabet Lambda. Und diese Zeichenkette, wir haben das gleiche Spiel wie so oft davor, die wollen wir jetzt kodieren in eine Zahl. Und jetzt verwenden wir wieder eine leicht modifizierte Art der Kodalisierung. Und zwar, das, was hier passiert, das, was wir hier haben, das ist die sogenannte B-artische Darstellung einer Zahl. Genau. Ja. So, und was passiert hier? Das ist eine Summe, i gleich 0 bis m-1, also die ist so lang wie die Zahl der Zeichen hier in dieser Zeichenkette Nü. Und zwar, wir gehen von rechts nach links vor. Und jetzt schreiben wir rein hier die Codenummer des Zeichens Pi. Also hier nochmal. Diese Codenummer, Spitze Klammer Pi, ist die Nummer von Pi im Bandalphabet. Ich meine, das Bandalphabet, das ist ja endlich. In dem Bandalphabet gibt es vielleicht 70 Zeichen. Und das heißt, die Zeichen, also kriegen eben die entsprechende Nummer. Das ist so wie der ASCII-Code von irgendeinem Zeichen. Okay, und diese Nummer verwende ich hier und schreibe sie hier rein. Also ich fange an mit dem ganz rechten Zeichen, nehme das Nummer und jetzt, Achtung, und jetzt wird die Nummer multipliziert mit B hoch 0. Dann kommt das nächste Zeichen, links daneben. Wir nehmen das Nummer, schreiben sie hier hin und multiplizieren sie mit B hoch 1. Dann nehmen wir wieder das nächste Zeichen, dessen Nummer, multiplizieren sie mit B hoch 2. Und das B hier, das ist irgendeine Zahl. Ja, jetzt muss ich gerade überlegen, ich denke, das B sollte eine Primzahl sein. Also jedenfalls schadet es nichts, wenn das B eine Primzahl ist. Genau, okay. Also so wird das X-Ni kodiert. Wir schauen gleich noch ein Beispiel an. Das X-Omega für den Rest von dem Wort kodieren wir genauso, aber von links nach rechts. Hier haben wir von rechts nach links kodiert. Da haben wir jetzt ein Beispiel. Und zwar, wir nehmen B gleich 5. Und 5 ist eine Primzahl. Und jetzt gehen wir her und kodieren. Genau, hier haben wir unser Bandalphabet. A, B, C und Leerzeichen. Das C hat die Nummer 3 im Bandalphabet. Und deswegen kodieren wir dieses Zeichen C. Also wenn das unsere ganze Zeichenkette ist, dann nehmen wir die Nummer 3 mal 5 hoch 0 gibt 3. Jetzt wird es interessanter. Jetzt kodieren wir A, B, B. Und zwar als Omega, das heißt von links. Dann nehmen wir die Nummer von A mal 5 hoch 0 plus Nummer von B mal 5 hoch 1 plus nochmal Nummer von B mal 5 hoch 2. B hat die Nummer 2 hier. Also gibt es 1 mal 1 plus 2 mal 5 plus 2 mal 5 hoch 2 macht 25. Ergebnis 61. Das heißt, diese Zahl 61 ist jetzt der Code von der Zeichenkette A, B, B. Und wieder ganz wichtig, diese B-artische Kodierung ist eine injektive Funktion. Warum ist das jetzt so wichtig, dass die injektiv ist? Also das ist, glaube ich, jetzt heute mindestens das dritte Mal, wo wir über so injektive Kodierungen reden. Warum ist das so wichtig an der Stelle? Klar, weil wenn es zwei verschiedene Strings gäbe, die ich auf die gleiche Zahl abbilde, dann würde ich nicht mehr wissen, wie ich es dekodieren kann. Aber so ist es, aus dieser 61 können wir eindeutig diesen String rekonstruieren. Ja, genau. Okay, also das heißt, damit können wir jetzt zum Beispiel sowas. Also das ist jetzt ja eine Turing-Maschine. Wir haben eine Turing-Maschine, die steht an der Stelle auf diesem Band. Das heißt, wir kodieren die Anfangszeichenkette, die ist C, ist 3. Dann kodieren wir die Endzeichenkette, das ist A, B, B, das gibt die 61. Und dann müssen wir noch den Zustand von der Maschine kodieren. Okay, das wissen wir nicht, aber dann nehmen wir einfach die Nummer. So, also jetzt haben wir an einem Beispiel gesehen, was hier passiert wird. Zustand, Anfangszeichenkette und Endzeichenkette. Gut. Ja, und jetzt kommt was, also da steige ich jetzt nicht in alle Details ein. Und zwar, wie kann ich jetzt die Linksbewegung von meiner Turing-Maschine simulieren? Also vielleicht sollten wir nochmal kurz, was haben wir gesagt, wie die Konfigurationen, genau. Also wir haben jetzt für unser Beispiel, das schreiben wir vielleicht mal an die Tafel. Gut, den Zustand, den wissen wir jetzt nicht, weil da steht hier nichts. Also unsere XS, unsere Variable XS, die hat den Wert S, in welcher Zustand das auch immer war. Dann Xµ ist gleich 3 und X-Omega ist gleich 61. So, das haben wir jetzt. Und das bedeutet ja nichts anderes als, wir haben das Band und da haben wir C, A, B, B. Und unsere Turing-Maschine steht an dieser Stelle auf dem Band. So, also wir merken uns eigentlich nur das, was da auf der Folie war. So, und jetzt wollen wir eine Linksbewegung simulieren. Das heißt, wir müssen unseren Pfeil von hier nach da verschieben. Und das Interessante ist, wie machen wir das jetzt hier? Was müssen wir mit diesen Zahlen tun? Wie verändert sich diese Zahl und diese Zahl, sodass das dann passt? So, und zwar, gegeben sei jetzt diese Regel. Also, wir gehen vom Zustand SI bei gelesenem Zeichen Sigma über nach SJ, schreiben das Zeichen Sigma Strich und bewegen uns nach links. So, als erstes teilen wir mal X-Omega durch B. Ja, warum machen wir denn das? Das liegt an dieser B-artischen Darstellung. Hier. Das liegt daran, dass das ja eine Summe ist von Nummer mal Potenz von B. Wenn wir dieses ganze Ding hier durch B dividieren, dann reduzieren sich alle Exponenten um 1. Ja, weil wir teilen ja die ganze Summe durch B. Das heißt, wir kürzen überall ein B raus. Das heißt, die Exponenten, die reduzieren sich alle um 1. Und das bedeutet, dass wir praktisch um 1 nach links wandern. Wir verschieben alles um 1 nach links. Ja. Dann addieren wir dieses Sigma Strich. Also, wir nehmen dann Sigma Strich plus B mal X-Omega. Ja, weil wir müssen ja jetzt links. Wie war das nochmal langsam? Wir gehen um 1 nach links. Sind wir da nicht gerade auf dem letzten B eigentlich? Wir haben ja gerade A, B, B gerechnet, die 61, oder? Ja. Vorher im Beispiel. Und sonst stehen wir ja im Moment gerade auf dem letzten B. Nein, nein, wir stehen gar nicht. Also, wir stehen hier. Also, vor der Anwendung von der Regel stehen wir hier. Weil dieses Ausrechnen von dem 61, das 61 ist nichts anderes als die Kodierung von dem ABB. Das ist nur die Kodierung von dem ABB für mein Wahlprogramm. Ja. Genau. So, ja, sorry. Also, was wir jetzt machen ist ja, diese Regel sagt ja, das Zeichen Sigma wird ersetzt durch Sigma Strich. Jetzt müssen wir mal eine konkrete Regel hinschreiben. Also, Delta von S, I, Komma. Und jetzt müssen wir natürlich ein A angeben, weil wir stehen gerade auf dem A. Geht über nach, zum Beispiel, S, J, B, Komma links. Wir ersetzen jetzt das A durch das B. Und jetzt, wie gesagt, wir teilen diese Dinge hier erst einmal alle durch B. Wir teilen die alle durch B. Und das macht nichts anderes, als in unserer B-artischen Darstellung hier diese Exponenten um 1 reduzieren. Das heißt, genau, was passiert denn mit dem mit dem konstanten Term hier? B hoch 0. Ach so, wir teilen und das hier, dieser Term hier, der ist kleiner als 5, weil das ist einmal eine Zahl kleiner als 5. Und jetzt machen wir eine Integer-Division. Bei der Integer-Division fällt der Teil einfach weg. Und das ist ja auch das, was wir wollen, weil wir löschen das A hier raus und ersetzen es jetzt dann durch das B. Das A fällt also raus und der hier, der wird durch 5 geteilt, das heißt, der wandert im Prinzip an die Stelle. Aber, jetzt gehen wir sofort wieder her und multiplizieren das Ganze wieder mit B. Also, das heißt, diese Operation, die wir da gemacht haben, die löscht uns das raus und lässt die unverändert stehen. Also, hier an der Stelle haben wir einfach quasi das A gelöscht. So. Und jetzt addieren wir Sigma Strich drauf und Sigma Strich ist hier das geschriebene Zeichen. Das heißt, jetzt addieren wir da das B drauf. Und das ist nichts anderes als, wir ersetzen hier das A durch B. Das haben wir jetzt gemacht. Das heißt, wenn wir das hier ausrechnen, dann wird diese Zahl 61 ersetzt durch eine andere Zahl. Und diese andere Zahl repräsentiert dann die Kette. Okay. Ja. Aber jetzt sind wir noch nicht fertig. Weil, jetzt wandern wir noch um eine Stelle nach links. Das heißt, jetzt stehen wir hier. Wir machen ja jetzt noch eine Linksbewegung. Und wenn wir die Linksbewegung machen, dann ist nämlich unser unsere rechte Seite, rechter Teil, das Wort Omega, da gehört dann das C auch noch dazu. Das heißt, und das passiert hier, wir nehmen jetzt xµ modulo B. Wir nehmen den Rest von xµ, den wir kriegen bei Division durch B. Und der Rest von diesem xµ, das ist nämlich xµ, wir teilen das durch B, B war 5, und nehmen den Divisionsrest, da bleibt 3 stehen. Also hier tut sich nichts mehr. Wir nehmen einfach die 3, addieren sie zu unserer neuen x-Omega-Zahl dazu und das x-Omega wird mit B multipliziert, quasi um 1 nach rechts verschoben, weil das Omega wird ja um eine Stelle länger. Das ist ja jetzt in der zweiten Stelle. Deswegen mit B multiplizieren und das C drauf addieren. So, und jetzt haben wir tatsächlich unser neues x-Omega und das xµ, das ist dann xµ Div B, also der Rest bei der ganzzahligen Division. Und in dem Fall ist das dann 0. Ja. weil vorher war ja das xµ nur ein Zeichen und jetzt ist es leer. Ja, und xs ist gleich j. Also ist klar, der neue, neue Zustandsnummer. Okay, ja gut, jetzt sind wir es doch relativ detailliert hier durchgegangen. Bei der Rechtsbewegung ist das analog. ja, gut, so. Also jetzt haben wir uns angeschaut, wie wir einen einzelnen Zustandsübergang einer Turing-Maschine durch so, ja, durch ein Weil-Programm simulieren können. Wie sieht jetzt unsere gesamte Turing-Maschine aus? Die setzt sich jetzt wieder zusammen aus ein paar Teilen. Wir initialisieren zuerst einmal unsere internen Variablen. ja, also die internen Variablen für unser Wahlprogramm. Dann simulieren wir die Konfigurationsübergänge, so wie wir es gerade gesehen haben. Genau. Also das ist klar, das ist natürlich jetzt eine Schleife, da steht es, bis keine weiteren mehr möglich sind. Ja, also bis keine linke Seite mehr anwendbar ist. Ja, und wenn wir jetzt einen Endzustand erreicht haben, dann schreiben wir die Ausgabe in X0 rein. So, und dieses Simulieren der Konfigurationsübergänge, das haben wir jetzt hier dargestellt. Ja, und zwar, Moment, jetzt muss ich halt kurz noch überlegen, ja, genau, also, tatsächlich haben wir ja jetzt hier, das ist der Code, um eine, um einen, eine Regel anzuwenden. So, und jetzt gibt es ja, jetzt gibt es ja eine ganze Menge Regeln, und die Regeln, die lassen sich jetzt kodieren durch zwei Indizes, nämlich durch die Zustandsnummer und die Nummer des gelesenen Zeichens. Also, durch diese zwei Zahlen lässt sich eine, also eine, so eine Turing-Maschine kodieren. Und das sind hier diese Indizes für diese, diese P1, oder, Moment, Ja, doch, genau, ja. Also, das hier, was wir hier rechts haben, ist erstmal ein Go-To-Programm. Und das sind die Labels für unser Go-To-Programm. Also, und da haben wir dieses Label P2, an das springen wir hin, wenn wir hier durch sind. Dann gehen wir an das Label P2, wir gehen da rein. und jetzt schauen wir erstmal an, was ist das aktuelle Zeichen, auf dem die Maschine gerade steht, zum Beispiel hier. Und das kriegen wir raus, indem wir sagen, x Sigma gleich x Omega Modulo B. Weil dann kriegen wir den niederwertigsten Teil und wir haben das aktuelle gelesene Zeichen. Und jetzt kommt, jetzt prüfen wir ab, falls wir im Zustand 1 sind und das erste Zeichen gelesen haben, dann gehen wir auf die passende Regel für den Konfigurationsübergang, nämlich zum Label P1,1. Und das ist der passende Konfigurationsübergang für diesen Fall. Für den Fall gehen wir nach P1,2 und so weiter. Ja, gut. Und so können wir jetzt letztlich ist das ein Go-To-Programm, aber die sind ja Äquivalent zu den Wahlprogrammen. Unsere Turing-Maschinen, also quasi also das hier würde ich jetzt nennen einen Turing-Maschinen- Interpreter. Genau. Simulator. Okay, und damit haben wir jetzt gezeigt, wir können jede Turing-Maschine durch ein Wahlprogramm simulieren. Die Umkehrung haben wir davor gezeigt und damit wissen wir, Turing-Maschinen und Wahlprogramme Äquivalent sind. Genau. Gut. Und jetzt tun wir nochmal unsere Übersichtsfolie auflegen, weil jetzt ist die komplett. Wir haben jetzt diese Richtung gezeigt. Also wir können jedes Wahlprogramm durch eine Turing-Maschine simulieren und jede Turing-Maschine durch ein Go-To-Programm simulieren. Genau. Also damit sind wir soweit erst einmal durch und haben da ein Verständnis dafür. Okay. Nahezu alle Berechnungsmodelle besitzen die gleiche Ausdruckstärke außer Loopprogramme. Ja. Genau. Ah ja. Und hier nochmal diese Bemerkung jetzt. Auch die Quantencomputer oder DNA-Computing können nicht mehr berechnen. Allenfalls bestimmte Aufgaben schneller. Okay. Also nochmal kurz zusammengefasst. Diese Berechnungsmodelle sind alle äquivalent. Wahlprogramme, myorekursive Funktionen, Lambda-Külkül, Turing-Maschinen, Register-Maschine und eben der PC mit der von Neumann-Architektur. Auch mit Multicore. Ist ganz egal, wie viel Prozessoren da parallel arbeiten. Die Parallelität, die kann im besten Fall das Ganze um einen konstanten Faktor schneller machen. Mehr nicht. Folgerung, es genügt im folgenden Turing-Maschinen zu betrachten. Das ist doch schön. Wir müssen nicht so komplizierte Konstrukte wie Lambda-Kalkül oder von Neumann-PCs oder so betrachten. Okay, so, ja, und jetzt reden wir mal kurz über die Church'sche These. Also, die, äh, der Herr Church, überlege ich gerade, der ist uns noch nie begegnet, oder? Ja, hier steht es ja, amerikanischer Mathematiker, der sich auch mit Berechenbarkeit befasst hat, ähm, und der hat die These aufgestellt, intuitive Berechenbarkeit ist gleich Turing-Berechenbarkeit. Steht jetzt extra nicht als Satz da, weil ähm, sowas wird man nie beweisen können, weil wir können den, diese, diesen Begriff intuitive Berechenbarkeit, den können wir nicht formalisieren, also können wir es nicht beweisen. Aber diese These besagt praktisch so ungefähr alles, von dem wir Menschen uns vorstellen, dass das ein Computer berechnen kann, das können die Turing-Maschinen auch tatsächlich. wobei das jetzt ja schwierig ist. Ich denke vor allem, wenn man jetzt Normalbürger befragt, was glauben sie denn, was ein Computer alles berechnen kann, da würden wahrscheinlich die meisten Leute unterschiedliche Dinge erzählen. deswegen diese intuitive Berechenbarkeit, oft wird es auch so formuliert, alles, was wir mit Papier und Bleistift ausrechnen können, prinzipiell, das ist das, was wir als intuitive Berechenbarkeit bezeichnen. und eben die Church'sche These besagt, genau das alles können Turing-Maschinen auch berechnen und das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, das ist eine These, weil so was, das kann man halt nicht sauber formal fassen. Ja, man könnte natürlich, also sagen wir mal so, diese These zu widerlegen, wäre natürlich, wie würde das gehen? Ich müsste mir irgendwas überlegen, ein Mensch, der was ausrechnet, auf dem Papier und müsste beweisen, keine Turing-Maschine kann das. Ja. Das wäre vielleicht sogar nur denkbar, weil da muss man bloß ein konkretes Beispiel finden, aber die Umkehrung praktisch zu zeigen, alles was jemand mit Papier und Bleistift irgendwie berechnen kann, das kann auch eine Turing-Maschine. Woher wollen wir wissen, was einer morgen erfindet, um es mit Papier und Playstift irgendwie zu berechnen, zu konstruieren oder an der Stelle da ist einfach A-Indie. Indie, ja. Okay, also ja, hier die Turing-Tese nochmal ein bisschen formaler ausgedrückt, die Klasse der Turing-berechenbaren Funktionen stimmt mit der Klasse der intuitiv berechenbaren Funktionen überein und eben eben was intuitiv berechenbarkeit heißt, habe ich jetzt versucht ein bisschen zu schildern. Okay, kann nicht bewiesen werden. Gut, ja, damit erst einmal weg vom Begriff der Berechenbarkeit und wieder zurück zu unserer ganz alten Aufgabe, nämlich akzeptierende Automaten. Das haben wir ja vielleicht noch weiter zurück zum ganz Anfang von den formalen Sprachen. Da haben wir uns ja nur die Aufgabe gestellt gegeben, eine Sprache Wortproblem. Wir wollen oder wir haben eine Grammatik, die eine Sprache erzeugt und dann suchen wir den passenden Automaten dazu, der für jedes Wort aus der Sprache sagt ja und für die Wörter, die nicht in der Sprache sind, sagt er nein. Also eben einen akzeptierenden Automaten. Und jetzt reden wir mal über akzeptierende Turing-Maschinen. Also Turing-Maschinen, die letztlich ein Wortproblem lösen sollen. So, also wir haben eine Turing-Maschine, die kriegt auf ihrem Eingabeband ein Wort eingegeben, ein Wort aus einer Sprache und jetzt macht sie irgendwelche internen Berechnungen und wenn sie jetzt terminiert in einem Endzustand S, dann wird das Wort akzeptiert. Wenn sie terminiert in einem Nicht-Endzustand, dann wird das Wort nicht akzeptiert. Ja. Und jetzt kommt was Neues dazu. Im Unterschied zum Endlichen Automaten. Bis hierher könnte das auch ein Endlicher Automat sein. Endlicher Automat hält entweder an in einem Endzustand oder er hält in einem Nicht-Endzustand an. Ja. Bei der Turing-Maschine können aber jetzt auch noch Endlosschleifen passieren. Und das ist eine neue Qualität. Das verändert die Situation ganz dramatisch. Weil so Endlosschleifen, die sind sehr unangenehm. Weil die Endlosschleifen haben die Eigenschaft, dass ich nie eine Antwort kriege. Ich frage meine Turing-Maschine, gehört das Wort zur Sprache und die gibt mir keine Antwort. Das ist die Sauerei. Das heißt, ich weiß gar nichts. Genau. Dann müssen wir sie bestrafen. Das ist die Frage, ob die was daraus lernt. Ich glaube, die lernt da nichts draus. Das von einem Hund verlange, dass er fliegen kann. Den kann ich noch so oft drauf hauen, der wird es nie können. Okay, so. Wir definieren jetzt erst einmal formal, was das heißt, dass eine Turing-Maschine ein Wort akzeptiert. Also, eine Turing-Maschine akzeptiert ein Eingabewort Omega aus Sigma-Stern, falls sie unter Eingabe von Omega in einem Endzustand terminiert. Fertig. Die von T akzeptierte Sprache ist wie folgt definiert, nämlich L von T ist die Menge aller Worte aus Sigma-Stern, die T akzeptiert. Ganz analog wie bei den Endlichen Automaten. Aber behalten wir im Hinterkopf, bei der Turing-Maschine kann es auch passieren, dass die in eine Endluftschleife reinläuft. Und deswegen sind diese Begriffe hier jetzt interessant. Ich erkläre es gleich nochmal an Beispiel der Turing-Maschine. Eine Sprache L heißt rekursiv aufzählbar oder semi-entscheidbar oder auch halb entscheidbar, falls eine Turing-Maschine existiert, die L akzeptiert. Sie heißt rekursiv oder entscheidbar, also diese Begriffe hier, ah ja doch, sorry, die sind durchaus etablierte Begriffe, genau. Also eine Sprache heißt entscheidbar, falls eine Turing-Maschine T existiert, die L akzeptiert und zusätzlich für jede Eingabe terminiert. So und jetzt sehen wir den Unterschied zwischen dem und dem. Bei den Automaten, da hätte die Unterscheidung überhaupt keinen Sinn gemacht, weil der Automat terminiert sowieso immer. Und jetzt, wir sehen jetzt wieder, die Tatsache, dass es Endlosschleifen bei Turing-Maschinen geben kann, die zwingt uns zu dieser Unterscheidung hier. Und wenn wir jetzt also eine Turing-Maschine haben, die eine bestimmte Sprache akzeptiert, dann hat die eine ganz unangenehme Eigenschaft oder kann haben, muss nicht, aber kann haben. Das kann sein, dass die Sprache nur halb entscheidbar ist. Nämlich, wenn es vorkommt, dass die Turing-Maschine ab und zu in die Endlosschleife reinläuft, dann kriegen wir keine Antwort. Allerdings, jetzt müssen wir wieder hier oben reinschauen, falls eine Turing-Maschine existiert, die L akzeptiert. und akzeptiert heißt, ja, das ist natürlich positiv, akzeptiert heißt, falls sie unter Eingabe von Omega in einem Endzustand terminiert, also das heißt, die terminiert ja doch immer. Die von T akzeptierte Sprache ist wie folgt definiert, das ist die Menge aller Worte, die T akzeptiert. Das heißt, die terminiert ja auch auf allen Worten. Ja, wunderbar. Da haben wir ja das Problem doch nicht da unten oder wie ist denn das? Für jedes Wort aus L von T terminiert doch die Turing-Maschine. Was wollen wir dann noch mehr? Soll ich mal ein Beispiel machen? Nehmen wir die Sprache aller Primzahlen. Ja? Und wir stellen uns jetzt vor, eine Turing-Maschine, die diese Sprache akzeptiert. das heißt, für jede Primzahl, wenn ich die eingebe, hält die Maschine noch endlicher Zeit an und sagt, ja, dann ist doch alles in Butter, oder? wo ist das Problem mit dem Nicht-Terminieren jetzt versteckt? Ist es so, dass es für jede Eingabe terminieren muss? Da steht ja zusätzlich für jede Eingabe. Wo steht das? Bei dem unteren DL akzeptiert. Da steht es zusätzlich. Und was heißt das? Das ist genau die Eingabe akzeptiert, oder? Ja, was heißt das? Also nicht zu den Primzahlen. Genau, darum geht es. Wir reden ja über die Sprache der Primzahlen. Okay, und wenn ich jetzt eine Turing-Maschine haben will, als Primzahl-Entscheider, ja, hallo, dann sollte die auch was ausgeben für die Nicht-Primzahlen. Aber genau das ist mir nicht mehr garantiert bei der Turing-Maschine. Wenn ich eine Turing-Maschine habe, die eine Sprache akzeptiert und ich weiß nur, die akzeptiert die Sprache, dann heißt es, für alle Worte in der Sprache sagt die nach endlicher Zeit Ja und hält an. Aber für alle Nicht-Worte da kann es passieren, dass ich gar keine Antwort kriege. Ganz wichtiger Unterschied zu den endlichen Automaten. Und das macht uns, das wird uns einige Probleme, Schweinereien und Schwierigkeiten bereiten. Aber mit der Tatsache müssen wir einfach leben. Und deswegen ist auch ganz wichtig die Unterscheidung zwischen halb entscheidbar und entscheidbar. Und dieses halb entscheidbar ist eigentlich ein sehr anschaulicher Begriff. Nämlich ich habe die Entscheidbarkeit garantiert für die Hälfte aller Eingaben, nämlich für die positiven. Also im Fall an dem Primzahl Problem, wenn ich eine Primzahl eingebe und ich habe eine Turing Maschine, die die Primzahlen akzeptiert, dann ist alles wunderbar. Aber wenn ich eine Nicht-Primzahl eingebe, dann wird es schwierig. Ja, gut. Und akzeptierende Turing-Maschinen. So, da haben wir jetzt gleich die Frage, erweitert der Nicht-Determinismus das Modell der akzeptierenden Turing-Maschine? Wie ist denn das normal mit dem Nicht-Determinismus? Wie war das bei der Turing-Maschine? Haben wir nicht-deterministische Turing-Maschinen erlaubt, hier bei den ... Ach, sorry, da müssen wir jetzt ganz weit zurückgehen. Ähm... Ich glaube, wir hatten es nicht dabei bei unserer Definition. Okay, aber die Frage ist natürlich trotzdem berechtigt. Also, wir unterscheiden jetzt zwischen deterministischen Turing-Maschinen und Nicht-Deterministischen Turing-Maschinen. Was der Unterschied ist, ist klar, oder? Was ist der Unterschied zwischen einer Nicht-Deterministischen und einer Deterministischen Turing-Maschine? Wie bei den Automaten, genau gleich. Deterministisch hat ja immer genau einen Nachfolgezustand. Und Nicht-Deterministisch kann halt zwei verschiedene haben. Ja, nicht nur Zustand, sondern eine Regel kann mehrere rechte Seiten haben. Also zum Beispiel, machen wir ein Beispiel schnell an die Tafel. Ähm... Bei einer Nicht-Deterministischen Maschine könnte eine Regel so aussehen. Delta von S0,1 ist gleich S1,0 Komma rechts Komma S2,0 Komma Sowas, ja. Eine Regel kann mehrere rechte Seiten haben. So, und jetzt ähnlich wie bei den endlichen Automaten und bei den Keller-Automaten können wir hier die Frage stellen, sind nicht-Deterministische Turing-Maschinen mächtiger als deterministische Turing-Maschinen? Also ist die Klasse der ähm... akzeptierten Sprachen eine andere bei deterministischen und bei nicht-deterministischen Turing-Maschinen. Bei den endlichen Automaten hat es nichts ausgemacht, bei den Keller-Automaten macht es einen Unterschied. Und bei den Turing-Maschinen macht es keinen Unterschied. Ja? Und jetzt wollen wir uns das überlegen, warum. Ja. Ich meine, ich tue das mal grafisch illustrieren erst, bevor wir das ganz formal anschauen. Und so, wenn wir jetzt so eine Regel haben, wie ich sie gerade jetzt weggewischt habe, wir starten unsere Maschine in irgendeiner Konfiguration. Ja? Also, Eingabewort Startzustand. Und jetzt bei der deterministischen Turing-Maschine gibt es genau eine anwendbare Regel. Das heißt, wir kommen in eine neue Konfiguration und in dieser neuen Konfiguration schauen wir wieder, welche Regel ist anwendbar. Also, hier so ein Abarbeitungspfad, der läuft hier runter, bis ich irgendwann terminiere, im Endzustand oder auch nicht. Oder auch nicht terminiere, kann ja auch sein, die hält nicht an. Aber es gibt einen deterministischen Pfad. Bei der nicht deterministischen Turing-Maschine, ja, da gibt es jetzt halt mehrere Pfade. und an jeder Stelle rekursiv natürlich hier wieder. Und da hier natürlich auch. So, wir kriegen einen Abarbeitungsbaum. Ja, und jetzt müssen wir uns noch überlegen, was heißt denn jetzt noch mal, wir reden jetzt über akzeptierende Turing-Maschinen. Also über Turing-Maschinen, die das Wortproblem lösen sollen. Und vielleicht tue ich gerade noch mal die Folie zurück mit dem akzeptiert. falls sie unter Eingabe von dem Wort in einem Endzustand terminiert. Das heißt, das ist ganz wichtig, also bei dem Akzeptieren, da ist irgendwann jeder Pfad zu Ende. Da gibt es keine unendlich tiefen Pfade. Also das Akzeptieren ganz unendlich, weil unten das gibt es nicht. Akzeptieren passiert immer nach endlicher Tiefe. Aber der Baum ist tatsächlich unendlich tief, weil es gibt ja Endlusschleifen und Endlusschleife heißt unendlich tiefer Ast. So. Ja, das ist die nicht deterministische Maschine. Die hat so einen Abarbeitungsbaum. Die deterministische im Vergleich dazu, die kann nur so was machen. Die interessante Frage ist jetzt, gibt es eine Möglichkeit, das Akzeptieren von so einer nicht deterministischen Maschine deterministisch zu simulieren? Also das Akzeptieren, nehmen wir mal an, hier gäbe es irgendwo so einen Pfad und hier, das wäre jetzt akzeptierender Endzustand. Also das heißt, diese nicht deterministische Maschine, die würde irgendwann sagen, jawohl, akzeptiert, weil ihr Orakel sie dahin geführt hat. Können man das deterministisch simulieren? Jetzt gebe ich mal einen kleinen was was in KI hatten bei Suchbäumen. So ist es. Wir machen, wir verwenden einen Suchalgorithmus, zum Beispiel Breitensuche. Breitensuche macht doch nichts anderes, als diesen Nicht-Determinismus quasi zu durchsuchen. Und weil wir wissen, dass Terminierungsknoten in endlicher Tiefe sind, wir wissen, es gibt vollständige Suchalgorithmen. Das wissen wir. Und vollständig heißt, der findet jede Lösung auf endlicher Tiefe auch nach endlicher Zeit. Ich meine, es ist klar, die nicht-deterministische Turing-Maschine, die rattert einfach runter, weil ihr das Orakel sagt, wo es hingeht. Die braucht linear viele Schritte, also hier in dem Fall eins, zwei, drei, vier nicht-deterministische Turing-Maschine, die muss den ganzen Baum bis zu der Tiefe durchsuchen. Das heißt, die hat exponentiell viel Rechenzeit mehr. Aber da uns die Rechenzeit immer noch nicht interessiert, ist das doch wunderbar. Ist das klar geworden? Wir durchsuchen einfach diesen Berechnungsbaum, der durch die nicht-deterministischen Verzweigungen aufgespannt wird, mit Breitensuche oder Iterative Deepening egal. Und wichtig ist natürlich, die Tiefe ist endlich und der Verzweigungsfaktor ist endlich. Dass die Tiefe endlich ist, das ist klar. Das liegt an der Definition von akzeptiert, weil akzeptieren tut die nur, wenn sie terminiert. aber wie ist das mit dem Verzweigungsfaktor? Ist der endlich? Verzweigungsfaktor ist ja dann die Anzahl der Regeln eigentlich und die sind dann endlich. So ist es. Weil die gesamte Zahl der Regeln einer Turing-Maschine endlich sein muss, ist natürlich der Verzweigungsfaktor endlich. Der kann nie größer sein als die Zahl der Regeln. Und damit sind wir eigentlich fertig und wir können tatsächlich diese nächsten Folien hier, diese zwei Folien, die können wir überspringen. Der macht das ein bisschen anders, ohne jetzt die Begriffe Breitensuche und so einzuführen, aber letztlich macht er nichts anderes. Okay, ich meine, wir müssten natürlich zeigen, müssen wir das? Nein, müssen wir nicht zeigen. dass Breitensuche Turing-Berechenbar ist, das müssen wir nicht zeigen, weil wir wissen, das ist while-berechenbar, weil da gibt es Programme dafür oder wir wissen, es ist von einer von Neumann-Maschine berechenbar und die ist äquivalent zur Register-Maschine und die zur Turing-Maschine, also können wir mit Turing-Maschinen Breitensuche programmieren und fertig. Okay, und damit haben wir diesen Satz bewiesen, jede nicht-deterministische Turing-Maschine kann durch eine deterministische Turing-Maschine simuliert werden und machen jetzt Ausschluss für heute.